Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer weiteren Folge zu Zendys Zone Zero Und ja, wir waren in der letzten Folge hier natürlich stehen geblieben in der Art Ich hab natürlich wieder einiges gemacht, ein paar Aufträge haben wir natürlich wieder Und ja, ein paar neue Dinge Eine neue Season kann man sagen, also es gibt insgesamt hier einen neuen Charakter Ex- einen neuen Charakter, den werden wir heute testen auch noch Und ja, wenn es euch noch natürlich gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da natürlich Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr gerade diesen Charakter oder wie ihr die Folge heute fandet So Äh, nicht Signale, sondern wir müssen hier hin Zu den Events Genau, ihr könnt euch auch das brandneue Programm abholen Wieder sieben Stück von den Dingern hier Äh, und so Den Charakter hab ich natürlich schon ausprobiert, weil den hab ich ja Sie hab ich auch schon bekommen, also den hab ich Der ist easy zu bekommen, ganz direkt am Anfang bekommen Sie wird auch interessant, also wir testen mal heute den Teil Charakter 1 Dafür gibt es natürlich wieder auch Belohnungen hier Das heißt, wir probieren mal sie aus Hab ich noch gar nicht ausprobiert, ich hab sie auch schon auf Level 30 hochgelevelt Gut, da ist er Hallo, was hat sie denn da, wenn sie ein Spielzeug, wenn er hat Gedrückt hat Alter Führe den Basic schnell an Höre den Basic Angriff schnell einen Spezialangriff durch Ach schon Okay Weiteraufgaben Jetzt kommt die Ult hier also Halte gedrückt Oh Oh mein Gott Jetzt geht der richtige Kampf los Ja Ah, ich glaub die wird cool Aber mich interessiert der S-Klasse Oh mein Gott So Jetzt kommt die Ulti Oh mein Gott Oh mein Gott Alle Gegner Heimer Ja Der Charakter macht schon Spaß Sie erinnert mich Also Der Angriff Insgesamt Sie erinnert mich sehr an einen Charakter An diese Frau da Was man kriegt Die mit den Ich weiß Gott nicht was das sein soll Die Kettensäge da Ich weiß Ich zeig sie euch danach So Jetzt kommt sie hier dran Die interessiert mich auch sehr Wir haben ja auch aus der Aus der letzten Saison Den Charakter Und sie hat Sie hat auch mal Ein verstärkter Angriff Drücke, wenn der Gegner angreift Und perfekt pariert Ausweichen drücken Oder Nee Verstehe ich Verstehe ich immer noch nicht Oh je Die hier mein ich So Oh 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 mein Gott Oh Oh Easy Aber geil Nicht so stark wie sonst Aber recht gut Das parieren ist richtig geil Find ich Das haut rein So Ein paar Dinge Abgeholt kostenlos Aber ich find die zwei Charaktere Geil Sehr geil sogar Gut Gehen wir erstmal hier lang Zum Parkplatz Oh ich Jetzt hab ich Jetzt hab ich aus Den hier genommen Hauptauftrag Verfolgen Achja Handlung Mit Auftrag Kapitel 2 So Oh nie Was ist denn das Level 30 Elektrik So da ist er Okay Guck mal Was wir hier so erleben Per Monster Ab runter Oh Oh Eine Arena So Oh 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 Also Okay, hier. Oh, ne. Ja. Was ist das? Fast kein Damage. Okay, wo ist der Nächste? Hallo. Aha. So, jetzt zur Tür. Okay. Bam. Wenn ich gewusst hätte, dass das der letzte Gegner war, hätte ich auch die Ulti gemacht. Ja. Also der war hartnäckig. Der war hartnäckig, der Roboter. Ja, ja. Aber dass der nicht beim ersten Schlag nicht gestunnt ist, das ist heftig. Agentenstufe 40 freigeschalten. Ah, guck mal, guck mal. Das gefällt mir doch jetzt schon. Hallo. Meinst du meine Beförderung? Bist du schon? Wo ist Wies? Danke. Ja, ich fühl meine Beförderung richtig. Aber verstehst du? Aber verstehst du? Spannung, Abenteuer, Filme. Spannung, Abenteuer. Ja, das empfehle ich dir. So. Begib dich zum Parkplatz. Da müsste Wies sein. Wies. Hallo. Da ist er doch. Hallo. Das tun wir uns natürlich nicht an. Das überspringen wir natürlich wieder. Das müssen wir mal. Wie wäre es mit heute? Verstetigt. Gut, erstmal gucken wir mal hier rein. Wir haben jetzt ein neues Intercore-Level erreicht. So, hier. Ah, Lumia's Platz. Was Neues. Was Neues. Das ist ein neuer Platz anscheinend. Oder irgendwas Neues, was ich nicht kenne. Aha, was haben wir denn hier? HIA. Vor den HIA. Okay. Das ist eine Polizeistation. Sieht mal cool aus. Straßen. Ah, jetzt sind wir in der Stadt unterwegs oder was? Das sieht ja mal geil aus. Schick. Ein Blumen geladen. Da ist ein schöner Blumen geladen. Cool. Schön. Sieht schön aus. Kurz darauf, außerhalb des Parkplatzes am Lumia Platz. Okay. Ich werde mal herum. So. Okay, also suche in der Nähe des Parkplatzes nach einem Parkplatz. Ah ne. Auf dem Platz nach einem Parkplatz. Ah, und jetzt muss ich hier, kann ich. Okay. Okay, wir haben den ersten gefragt nach einem Parkplatz. Da fragen wir mal den zweiten. Oh, hallo. Den nehme ich mal mit. Schöne Giste. Guck mal, da hinten ist noch eine. Die nehme ich auch noch mit. Evers. Aber der. Hallo, Omi. Bei dir kann ich also. Ah. Ist ja cool. Ah. Guck mal, da hinten ist auch eine Kiste. Die hole ich mir aber direkt. Hallo, mit dir rede ich gleich. Ich will erstmal meine Kiste haben. So, jetzt kann man reden. Entspannte Office-Tieren. Dankeschön. Teile wie, wie's, das Ergebnis mit. Alles klar, kein Problem. Peace. Ich habe Ergebnisse. Wort zur Weisung. Kein Parkplatz. Gut. So. Wir sind fast da. Das können wir überspringen wieder. Oh. Alter. Reise. Warum ist das Signal so weich? Oh, je. Was ist passiert, Belle? Oh, look at you! Don't tell me, it's broken. No! Das war knapp. Are you all right? Are you hurt? Das war so schlimm. Belle! Belle! Are you okay? Are you injured? Ah, I'm okay. Have we met somewhere before? Hm? Have we? Sorry. I think we've missed you for somebody else. Okay. Die kennen wir doch. Okay. Kapitel 2. Kapitel 2. Interlimu. Oder irgendwie so. Nein. Überspringen. Dann will ich mich nicht antun. Das Gelaber. Gut. Da werden wir dann in der nächsten Folge gehen. Glaube ich mit Spieß. Oder? Ja, werde ich. Ah ne. Ich gehe jetzt hin. Ich will mal gucken, was der will noch. Ich gehe jetzt hin. Ja. Ja. Ich fahre zurück zur Videothek. Das machen wir jetzt noch. Genau, auf dem Parkplatz. Wenn wir einen Auftrag haben, machen wir den dann. So. Betritt das Studio, um das Gespräch mit Wies fortzusetzen. Ach ja. Okay, machen wir das auch noch. Also eine kleine Gesprächsstunde am Ende. Die werden wir aber nicht beiwohnen, sondern wir werden sie jetzt überspringen. Und wir haben sie schon gesprungen. Bro, wie viel wollt ihr noch reden? So, ich war schlafen anscheinend. Ein neuer Auftrag haben wir bekommen. Cool. Und den werden wir dann in den Sicherheits-Office der Metro. Ja, das mache ich jetzt privat. Also ich werde jetzt so weit gehen, bis wir einen neuen Auftrag besitzen. Also ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge natürlich wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo natürlich da. Oh, ja. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wie ihr den neuen Charakter findet. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Auf her. igonier. Und dann cabinet wheels. Und dann geht's euch voir. Und dann können wir uns einfach Oxford online Station. Und dann hören wir uns einfach mal an. WirOnline. Auchśl complètement Alonline. fått das denn том, das liegt ein.